Hallo liebe motorsportmagazin.com Leser aus Sochi. Ja wir haben einen ganz ganz eigenartigen Auftakt hier erlebt im Autodrom Sochi und zwar haben wir sehr sehr viel über Motoren gesprochen und über Diesel, aber nein wir sind wirklich in Sochi, wir sind nicht in Wolfsburg. Im ersten freien Training hat uns ein Streckenfahrzeug sozusagen lahmgelegt. In der Nacht zuvor wurde die Strecke noch gesäubert und bei einem Fahrzeug ist der Tank kaputt gegangen. Dann ist Diesel großflächig auf die Strecke gelaufen und der musste wieder irgendwie beseitigt werden. Das ist allerdings nicht ganz so einfach wie man sich das vorstellt, denn Diesel wegzuspülen mit Wasser geht so nicht. Auch wenn es auf den TV-Bildern so aussah, die Streckenposten haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht, die haben das nicht direkt mit Wasser weggewaschen, sondern die haben Bindemittel zunächst auf den Diesel draufgegeben, haben dann gekehrt, was das Zeug hielt, sind mit allen möglichen Gerätschaften angekommen und haben dann später das Bindemittel, das den Diesel schon relativ gut aufgesaugt hatte, mit Hochdruckwasser weggespritzt. Warum das Ganze so lange gedauert hat, weil man es relativ spät festgestellt hat. Ich habe mit Charlie Whiting gesprochen, der meinte, kann passieren, er hat schon mehrere solche Zwischenfälle erlebt, nur dass es so großflächig ausgetreten ist, war dann eben doch eine Neuheit. Das erwarten wir jetzt nicht. Die andere Geschichte war der Motorenstreit von Red Bull. Bernie Ecclestone hat es am Vortag schon angedeutet. Sind wir uns ganz sicher, dass Ferrari Red Bull mit 2015er Motoren beliefert, hat er so rhetorisch gefragt. Eigentlich waren wir es uns noch, aber es scheint jetzt doch so zu sein, dass Ferrari einen kompletten Rückzug gemacht hat und Red Bull auch nicht mit Vorjahresmotoren beliefern will. Jetzt steht Red Bull eigentlich komplett ohne Motor da, weil Mercedes ja schon seit längerer Zeit gesagt hat, sie kriegen keinen. Schwierige Situation. Ein bisschen auch selber in diese Situation gekommen, weil Red Bull natürlich den Motorenvertrag mit Renault gekündigt hat, als sie noch keinen neuen hatten. Gestern auch mit Christian Danner, mit unserem Experten gesprochen. Er sieht das Ganze sehr, sehr kritisch. Die Lage in der Formel 1, das Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Die großen Hersteller haben jetzt die Macht über die Formel 1. Die Hersteller bestimmen nicht nur, wer wie gut ist, weil sie ja dank der neuen Token-Regel auch über Upgrades bestimmen können, wann die eingesetzt werden bei den Kundenteams, sondern sie bestimmen auch, welches Team überhaupt in der Formel 1 fahren kann, welches Team einen Motor bekommt. Später noch mit Franz Toos gesprochen, der sich ja in einer ähnlichen Situation befindet mit Torosso wie Red Bull. Sie verhandeln aktuell nur mit Ferrari. Ja, was ist, wenn sie auch keine Ferrari-Motoren bekommen? Ausstieg? Franz Toos will eigentlich noch gar nicht darüber nachdenken. Er meinte dann nur, irgendeinen Motor werden sie schon kriegen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir hoffen, dass wir uns jetzt mehr auf das Sportliche konzentrieren können und uns nicht mit solchen sportpolitischen Themen rumschlagen müssen. Und jetzt freuen wir uns auf die Action auf der Strecke.